Nachdenkseiten Die kritische Website Die völkerrechtswidrige US-Blockade gegen Kuba und die widersprüchliche Haltung der Bundesregierung Ein Artikel von Florian Warweg Seit 1992 verurteilt die UN-Vollversammlung jährlich das völkerrechtswidrige US-Embargo gegen Kuba. Bisher ohne Konsequenzen. Auch dieses Jahr stimmten 187 Länder, darunter Deutschland, gegen die US-Blockade und forderten deren sofortige und bedingungslose Aufhebung. Lediglich die USA und Israel stimmten gegen diese Resolution. Vor diesem Hintergrund fragten die Nachdenkseiten, was die Bundesregierung konkret tut, um ihrem Votum Nachdruck zu verleihen und die seit Jahrzehnten anhaltende Verletzung des Völkerrechts durch den Wertepartner in Washington zu stoppen. Zudem wollten die Nachdenkseiten wissen, was für Maßnahmen die Bundesregierung ergreift, um den von illegalen US-Zwangsmaßnahmen im Zuge des Embargo betroffenen deutschen Unternehmen, Banken und Vereinen in Deutschland auch eingedenk des geleisteten Amtseides zu helfen. Die Resolutionen gegen die US-Blockade, die die UN-Generalversammlung regelmäßig verabschiedet, sind im juristischen Sinne nicht bindend, besitzen aber einen hohen symbolischen Wert und erzeugen politisch-diplomatischen Druck. Sie zeigen auf, dass sich Washington zumindest in dieser Angelegenheit komplett isoliert hat. Der Umgang mit der Resolution beweist aber auch, dass sich die USA bisher ohne jede weitere Konsequenz über dieses eindeutige Votum der Weltgemeinschaft hinwegsetzen konnten. Im Falle der seit 62 Jahren anhaltenden völkerrechtswidrigen US-Blockade zeigt sich zudem ein rational kaum erklärbare und geradezu infantile Unerbittlichkeit und Obsession gegenüber der sozialistischen Karibikinsel. Verwiesen sei hierzu exemplarisch auf ein Zitat des einstigen US-Staatssekretärs für Auswärtige Angelegenheit Lester Mallory, der sich bereits 1960 für die Verhängung einer Blockade gegen Kuba aussprach und dies wie folgt begründete. Die einzige Möglichkeit der kubanischen Regierung, die Unterstützung im Inland zu entziehen, besteht darin, Enttäuschung und Entmutigung durch wirtschaftliche Unzufriedenheit und Nöte zu provozieren. Es sollte sofort jedes mögliche Mittel eingesetzt werden, um das Wirtschaftsleben zu schwächen, Kuba-Mittel und Lieferungen zu verweigern, um die nominalen und realen Gehälter zu senken, mit dem Ziel, Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung zu provozieren. Zitat Ende Lester Mallory. Doch die Komplettblockade schädigt nicht nur massiv die kubanische Bevölkerung in allen Lebensbereichen, sondern hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen, Banken, Vereine und Privatpersonen. Jede Transaktion, jeder Handel mit Kuba kann von Washington, genauer gesagt vom US-Finanzministerium und dem ihm unterstellten OFAC, dem US-Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen, mit der Verhängung von horrenden Strafsummen geahndet werden. Diese sind zwar vollkommen illegal, aber vor die Entscheidung gestellt, diese zu zahlen oder den Zugang zum US-Markt zu verlieren, entscheiden sich natürlich fast alle Unternehmen und Banken zu entsprechenden Strafzahlungen. Daneben haben diese Strafzahlungen vor allem eine präventiv abschreckende Wirkung auf Drittstaaten. Potenzielle und interessierte Investoren, Wirtschaftspartner, Banken, Versicherungen und Unternehmen sehen angesichts der drohenden US-Zwangsmaßnahmen davon ab, sich überhaupt in Kuba wirtschaftlich zu engagieren. Befragt, was die Bundesregierung tut, um deutsche Unternehmen und Banken vor diesen skizzierten US-Willkürmaßnahmen zu schützen, gab sich das Bundeswirtschaftsministerium BMWK ahnungslos. Man wisse angeblich nichts von solchen Fällen. Wir helfen dem Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums natürlich gerne und dokumentieren dann bei eine kleine Auswahl der erfolgten Strafzahlungen, Kontosperrungen oder anderer Zwangsmaßnahmen gegen deutsche und europäische Unternehmen, Banken, Vereine oder auch Einzelpersonen aus den letzten zehn Jahren. Die deutsche Heavy-Metal-Band Core sammelte über eine Spendenplattform im Internet etwa 8.000 Euro für eine Tour nach Kuba. Doch Paypal mit dem Verweis auf die US-Blockade sperrte das Konto und froh die Hälfte der eingegangenen Spenden ein. Die italienische Bank Intesa San Paolo muss 3 Millionen Dollar an die USA zahlen, weil sie von 2004 bis 2008 insgesamt 53 Geldüberweisungen nach Kuba vorgenommen hatte. Das Schweizer Unternehmen Weatherford International LTD soll 252 Millionen US-Dollar an die USA zahlen wegen sogenannter Verstöße gegen die US-Blockade. Es hatte Ausrüstungsgüter für die Erdöl- und Erdgasgewinnung nach Kuba geliefert. 2014 Das US-Finanzministerium fordert von der französischen Großbank BNP Paribas eine Rekordstrafe von 10 Milliarden US-Dollar wegen Geschäften mit Kuba ein. Im selben Jahr verhängt die US-Regierung gegen die Commerzbank wegen deren Kuba-Geschäfte eine Strafe in Höhe von 650.000 US-Dollar. Der deutsche Verein Netzwerk Kuba will für eine internationale Veranstaltung einen Spendenbetrag in Höhe von 4.000 Euro an ein Konto der britischen CSC, der Cuba-Solidarity-Campaign, nach London überweisen. Die Überweisung wird von der Postbank mit dem Hinweis verweigert, dass die einzubeziehende US-Korrespondenzbank das Geld wegen des Kuba-Bezuges einbehalten werde. 2015 Die französische Bank Credit Agricole wird aus dem gleichen Grund zu einer Strafzahlung in Höhe von 787 Millionen US-Dollar genötigt. Im gleichen Jahr sollte die Commerzbank, bei der die Bundesregierung 15 Prozent Anteile hält, sage und schreibe 1,71 Milliarden Dollar Strafgebühr zahlen. Im Herbst 2017 wollte der deutsche Verein Netzwerk Kuba umfangreiche Spenden nach Kuba überweisen, die zur Behebung der durch den Hurricane Irma verursachten massiven Schäden dienen sollte. Die Postbank lehnte dies erneut mit Verweis auf die Folgen durch das wohlgemerkt illegale US-Embargo ab. Im Jahr 2018 verhängten die USA gegenüber der französischen Geschäftsbank Société Générale eine Strafzahlung in Höhe von 1,34 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2019 wird die Unicredit Group von der USA zur Zahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar wegen des angeblichen Verstoßes gegen die antikubanische US-Blockade genötigt. 2022 Die Westfalen AG sah sich gezwungen, einen Vertrag über die Lieferung eines sogenannten Kapnographie-Monitors, ein Gerät zur Messung des Kohlendioxid-Gehaltes in der Ausatmluft von beatmeten Patienten, aufzukündigen. Hintergrund war die Drohung, auf die schwarze Liste der USA gesetzt zu werden, was bedeutet hätte, dass die Westfalen AG den US-Markt für Im- und Exporte verloren hätte. Ebenfalls 2022 kündigte die Bayer AG unter anderem einen Großvertrag zur Lieferung von Tierarzneimitteln nach Kuba. Hintergrund, Bayer hatte zuvor mit einem US-Konsortium fusioniert und musste in Folge die kompletten Handelsbeziehungen zu Kuba abbrechen. Auch die Brühl und Kier Vipro GmbH, ein deutsches Unternehmen, das die Technologie für Systeme zur Schwingungsüberwachung der thermischen Turbinen liefert, die vom staatlich-kubanischen Energieunternehmen UNE verwendet werden, hatte 2022 vor dem Hintergrund von Strafandrohungen durch das sogenannte Helms-Burton-Gesetz der USA auf eine weitere Zusammenarbeit verzichtet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die USA bestimmen de facto darüber, ob deutsche und EU-Unternehmen und Banken Geschäfte mit einem Drittstaat wie Kuba machen dürfen. Bei Nicht-Achtung werden wie dargelegt teilweise horrende Strafzahlungen in Milliardenhöhe erzwungen. Ebenso erdreisten sich die USA, Transaktionen innerhalb der EU zu verhindern, nur weil im Überweisungsbetreff Kuba steht. Eigentlich wäre es Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten, ihre Bürger und Unternehmen vor solchen unilateralen und willkürlichen Vorgaben und damit einhergehenden Verletzungen von EU-Recht zu schützen. Dafür gibt es sogar eine sogenannte Council Regulation der EU-Kommission Nr. 2271-96 unter dem Titel Schutz vor den Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung der von einem Drittland erlassenen Rechtsvorschriften und des darauf beruhenden oder sich daraus ergebenden Maßnahmen. Das heißt, zumindest auf EU-Ebene liegen durchaus Instrumente gegen diese US-Willkürmaßnahmen vor. Nur ist die EU-Kommission, insbesondere unter der aktuellen Chefin Ursula von der Leyen, nicht gewillt, diese einzusetzen. Auch in Deutschland gäbe es durchaus Möglichkeiten, die USA mit ihren illegalen, exterritorialen Maßnahmen in die Schranken zu weisen. Dass die USA das Handeln von EU-Bürgern und Wirtschaftsunternehmen maßgeblich fremd bestimmen können und damit massiv EU- und Völkerrecht ohne jede Konsequenz brechen, ist schlicht und ergreifend skandalös. Es stellt sowohl Deutschland als auch der EU als Ganzes ein Armutszeugnis aus und führt die proklamierte politische und wirtschaftliche Eigenständigkeit als angebliche internationale, in Anführungszeichen, Führungsmacht. Komplett ad absurdum. Eine selbstbewusste und ihrem Amtseid verpflichtete Bundesregierung müsste hier eigentlich aktiv werden, die Verstöße systematisch sammeln, vor ein Schiedsgericht bringen und die Betroffenen der illegalen US-Maßnahmen entsprechend unterstützen. Eigentlich. Es folgt der Protokollauszug von der Bundespressekonferenz am 8. November 2023. Systematisch sammeln, vor ein Schiedsgericht bringen und die Betroffenen der illegalen US-Maßnahmen entsprechend unterstützen. Eigentlich. Es folgt der Protokollauszug von der Bundespressekonferenz am 8. November 2023. Seit 31 Jahren verurteilt die UN-Vollversammlung regelmäßig das völkerrechtswidrige US-Embargo gegen Kuba. Auch letzte Woche stimmten 187 Staaten, darunter auch Deutschland, gegen die US-Blockade und fordern deren sofortige Aufhebung. Lediglich die USA und Israel stimmten dagegen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, was tut denn die Bundesregierung ganz konkret, um diesen Votum vom 3. November nach Hall zu verschaffen? Gibt es da konkrete Maßnahmen, um sozusagen dem Wertepartner bzw. den regelmäßigen Bruch des Völkerrechts durch den Wertepartner in Washington zu stoppen? Die Bundesregierung hat sich in der Abstimmung verhalten, wie sie sich verhalten hat. Das ist die Ansicht der Bundesregierung und mehr ist dazu im Moment jetzt nicht so zu sagen. Zusatz? Eine Frage hörte ich noch. Jetzt sind ja deutsche Unternehmen, Banken, Vereine, NGOs und Privatpersonen regelmäßig Opfer von US-Stellen, die sie mit wirklich horrenden Strafsummen und zur Zahlung von horrenden Strafsummen zahlen, weil diese angeblich dieses völkerrechtswidrige US-Embargo dem widersprochen haben bzw. übergangen haben. Da würde mich interessieren, insbesondere vom BMWK, was gibt es denn da an Hilfsmaßnahmen der deutschen Bundesregierung, um insbesondere diesen betroffenen Banken, Unternehmen zu helfen, auch eingedenkst des Amtseids? Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Fälle nicht kenne, von denen Sie sprechen, von den horrenden, wie Sie sagen, Strafsummen, ist mir nichts bekannt, sodass es mir schwerfällt, jetzt dazu etwas zu sagen. Vielleicht können Sie die Quelle offenlegen, wenn das geht, wo die Information darüber da ist und dann können wir bemühen, uns darum, noch etwas nachzureichen. Das ist eigentlich allgemein gut. Ich glaube, fast jedes deutsche Wirtschaftsunternehmen, das mal Kontakt mit Kuba hatte, könnte Ihnen da Fälle nennen, ebenso Vereine, NGOs und Privatpersonen. Also schon der kleine Ein-Mann-Rumpvertrieb hat ein Problem, wenn die US-Finanzbehörde auf ihn aufmerksam wird. Also in dem Sinne finde ich es gut, wenn Sie mir da was nachliefern könnten. Ja, die Voraussetzung wäre, dass Sie mir vielleicht ein paar konkrete Fälle nennen und dann will ich dem gerne nachgehen. Dann liefere ich die konkreten Fälle gerne nach. Danke. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.